So meine Freunde, jetzt gibt's Voli-Be-Action. Press the fucking attack. Also wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann werden wir niemals gewinnen. Wir gehen niemals cheaty. Ähm, ich glaube wir brauchen wir Potzen, weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ich würde halt gerne, vielleicht sogar Tiamat bauen, wobei wir Tiamat nicht zwingend brauchen, aber ich würde auch Righteous Glory gerne bauen. Brauchen wir Heal. Ich glaube ein bisschen Heal wäre nicht schlecht. Ähm, puh, schwierig, 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 schwierig. Ich will ja früh ganken. Ja, komm, jetzt hab ich's gekauft, gekauft, ist gekauft. Let's go. So, wir fangen an mit wem. Auf die nächsten drei hundert Monate. Schamuz, 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 Dankeschön. Dankeschön, Musch, Musch, Walwa, Swap, Wap, Dankeschön. Schwing gegen Masterjiat, oh, gegen den Schmalzerzauß, der Schmalzerzau kann mich sogar lasern, also. Voli-Bear soll ja aktuell Ultra-OP sein, ja, 55% Winrate, absolut gegeben, absolut gegeben. Aber Malzer lasert mich und ich sterbe. Ja, wir gucken mal, ähm, Leute. I would like to have some help. Also, ähm. Wurde irgendwas noch geändert, was wichtig war? Ich glaube nicht. Also die E müssen wir halt in der Luft machen. Na? Das ist wichtig. Monsters und Minz. Ach, scheiße, ich glaube, man fängt sogar mit der E auf Level 1 an, weil die Gegner halt, die sind halt drei Sekunden geführt. Das ist unglaublich langer. Ah, seh, egal. Let's go. Let's fucking go. Oh, geil, ein Schild sogar. Nice. Da seh ich mich. Da seh ich mich. Er tankt noch ein bisschen. Der grüne Tarik, der geht hier komplett unter im Jungle. Und, oh, der hätte jetzt fast so ein Outfit gemacht und dann bekommen. Das wär nicht so geil gewesen. So. Als zweites nehmen wir die E. Gehen wir Gromp oder machen wir Wölfe? Ich glaube, man kriegt sogar CDR wieder. Wir geben Wölfe. Und wir snacken nämlich jetzt hier die kleinen. Eins, zwei, drei. Gesnackt. Oh, man kriegt ja Hälfte. Ja, gut. Ja, es geht. Also, es geht. Hallo, mein Name ist Roy. Ich bin magiesüchtig. Danke an Erpo. Hey, Erpo. Hey, Erpo. Dankeschön, Erpo. Grazie, 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 Granda. Welcome, welcome, welcome. Oh, das reicht nicht. Dankeschön. Apple. Apple, Apple, Apple. Jetzt snacken wir uns noch den und dann werden wir irgendwas hoffentlich ganken. Irgendwas. Naja, den können wir am besten... Die Frage ist, kann ich ihn zweimal snacken? Ich glaube nicht. Ich denke, dass wir ihn nicht zweimal snacken können. Wie macht er denn meinen Smite 410? Oh, er wird da oben schon gedingst. Aber ich brauche den, den muss ich jetzt eben haben. Ich könnte jetzt darüber flasherisieren, aber ich habe halt noch kein Mana. Na, ich bin ein Bär. Nee, doch nicht. Geh weg. Hier, ich lef dich weg. Okay, das ist jetzt, das ist jetzt reulig. Das ist jetzt echt reulig. Das ist jetzt echt reulig. Glaube ich flash, oder? Naja, es geht. Okay. Er war ein bisschen schneller durch den Jungle als ich, muss man sagen. Naja, er war deutlich schneller. Ist ja so... Ich meine, er wurde gebufft, glaube ich. Aber er war echt schnell durch den Jungle. Ich will noch Gronkh gerne nehmen, aber ich glaube, den gönnt es nicht hier jetzt. Kann es sein. Und dann würde ich gleich... Okay, Toplane, Yi ist Toplane. Toplane, Yi ist Toplane. Ähm... Jetzt ist halt immer noch Level 2, Alter. Holy shit. Aber die werden da wohl nicht deep gehen, machen die nicht. Wir wollen jetzt erstmal den Gronkh. Zack. Ach, das ist das. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Also das ist cool. Wir brauchen noch den. Den brauchen wir noch. Leider läuft gleich mal ein Red Buff, außer es ist ein bisschen Reuden. Aber... Wir haben noch Flash. Den werfen wir. Es leckt. Es hängt. Es leckt. Es hängt. Okay, jetzt geht's lol. Hallo! Danke. Danke. So. Können wir irgendwas machen, ist die Frage. Wir snacken den erstmal hier. Nam nam nam. Toplane? Schwierig. Potenziell, aber schwierig. Okay, oben ist einfach schon die Action-Masse. Ihr campt halt. Das du da nicht reingehen. Nicht da reingehen! Nicht da! Ich weiß nicht, ob wir ein 2 gegen 2 gewinnen. Aber let's try. Let's try. Ich bin der Volleybear, der dich essen wird. Wo ist er? Es... Es-Bär-W-Nam! Oh, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich könnte den aber noch werfen. Und Huckepack-Wurf. Bäh. Okay. Das ist echt schade, dass du stirbst, weil jetzt muss ich echt deine Minions nehmen. Ich muss. Das ist super schade. Let my roar. Oh, das ist ja cool. Die fliegen alle weg. Nam. Schade, dass die Veno Level 1 war. Sonst hätten wir den noch gefressen. Die hätten wir... Oh, Mann. Den hätten wir noch gefressen. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal in Fred Feuerstein. Und vielleicht Schuhe. Bitte nicht. Tu nichts Falsches. Du bist ein kleiner Wichser. Alter, was ist denn mit meinem Game los? Es leckt auf Doom einfach. Es hängen jetzt Standbilder. Seit wann habe ich denn Standbilder? Seit wann habe ich denn bitte Standbilder? So, Fred Feuerstein. Leider fehlt uns. Okay, das warten wir noch. Schuhe warten wir noch. Machete wäre halt auch geil, ne? So, ich würde sagen, Botlane. Was haben wir für Botlane für einen Supporter? Tarek. Da geht auf jeden Fall was. Da geht auf jeden Fall was. Also richtig fett. Schön in den Gegner rein snacken mit der V. Schön in den Knoppers reinbeißen. No. Frage ist, ob wir vorher noch den Go... Ich würde gerne die Golems noch machen. Golems, Denbot. Dann sind wir eigentlich fast Level 5. Nein, vielleicht werden wir Level 5, während wir ganken. Das wäre halt eine coole Idee. Das wäre eine coole Idee. Boah, der ist so direkt gestorben. Ja, okay. Nom, nom, nom. Na, die W auf Level 3 ist halt stark. Die würde ich halt gerne haben. Die knallt halt. So, auf Level 3 sind die Spells wirklich gut. Level 1 ist kacke. Level 2 ist noch going to be kacke. Scheiße, ich habe die Q aktiviert. Das ist jetzt kacke. Das ist auch kacke. Ah, 12 Sekunden. Wir müssen noch warten. Wenn ich jetzt hier vorne hinlaufe, dann könnte es sein, dass da Vision ist. Ei, geh mal back. Ich habe das Gefühl, dass ich alleine gelassen werde, wenn ich jetzt hier ganker. Aber let's go. Hier, Tarek ist eigentlich da. Level 1. Level 1. Da ist Master Jihad. Der ist schon Level 5, Mann. Ich könnte die werfen, aber lassen wir mal. Wir wollen noch nichts Dummes machen. Leute, das ist ja voll cool, dass ihr Gegner so wegfliegt. Das ist ja übel nice. Das ist ja übel nice. Das ist übel nice. Er ist halt... Wieso bin ich so langsam und fange, oder das mache ich einfach so fucking schnell? Ich hätte das kombinieren sollen, aber ist egal. Aber ist eher. So, gehen wir mal die noch. Machen wir noch die Wölfe nochmal eben. Kacke. Ich würde noch gerne die Machete haben. Das wäre geil. Machete wäre geil. Bababa, 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 bababa. Und snacken. Zack. Seht ihr da? Aber jetzt macht das Ding halt richtig guten Damage. Ja, komm, nehmen wir noch eine Grom mit. Dann war unsere Machete fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendjemanden auffressen können, ne? Irgendwem, irgendwo, irgendwann. Zack. Outfit, 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 outfit. Das ist halt komplexes Gameplay hier. Was werden smiten? Ja, ist mein Name. Komm. So. Machete fertig? Ich denke, die wie... Also wir könnten die Smite-Machete gehen, die blaue. Aber wir gehen die rote. Das muss schon... Ich will Trade-Meister sein. Ich bin Trade-Meister 12, 43. Oh, fucking. Blue ist da. Scheiße. Ich glaube, den klaut er mir jetzt. Ich glaube, den klaut er mir und deswegen gehen wir jetzt direkt Botlane. Wir gehen Botlane-Gang. Wir haben auch bald wieder Flash. Flash ist bald wieder ready. Hat er Blue? Er hat Blue. Ist das mein Blue? Ne, ist das nicht mein Blue. Oder? Der ist mein... Weil der ist schon fast leer. Jetzt geht... Ne? So, ich gehe Botlane, Leute. Battle... Battle... Das ist zu früh, Bro. Das ist zu früh, Bro. Das ist zu früh, Bro. Das klappt auch nicht, oder? Vielleicht Midlane. Ich kann halt gerade nichts ganken, irgendwie. Das ist ein bisschen schade. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Nehmen wir den hier noch eben. Zack. Klein-Räutigen-Taunty. Midlane. Wenn ich da hinlaufe, dann wird er mich direkt Laser blitzen, glaube ich. Mich direkt weg Laser blitzen. Mann, ich will ganken, aber es geht nicht. Nirgendwo. Es geht nichts und nirgendwo. Das kann nicht sein. Da war ein Wattron, glaube ich. Das ist jetzt sehr gefährlich hier. Hat der Glacial Augment? Macht das Sinn? Glacial Augment auf... Der kämpft halt übel, die Toplane. Auf Malzahar? Interessant. Interessant, interessant, interessant. So, können wir hier unten was machen? Vielleicht. Es ist halt ein bisschen deep, aber ich hätte Bock. Ah, ich bin ein Bär. Nein. Bis jetzt gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten. Top wäre wahrscheinlich echt das Beste, wenn ich da Counter ganken würde. Ich glaube, wir sind sogar stärker als Master Yi und Urgott, wenn wir 2 gegen 2 machen. Aber, ja, Mistige Marder. Ich habe jetzt schon wieder so wenig AP. Ein bisschen Kacke. Passive is already. Guck mal, ob der Blue-Buff da ist, der darf nicht da sein. Aber, also wenn der noch da ist, dann ist RIP. Dann ist RIP, ja. Können das Jungle Lighting fertig machen, aber... Ja, ich glaube, wir versuchen auch mal unser Glück. Ja, vielleicht können wir auch da... Oh, ist alles weg hier. Vielleicht können wir auch was machen, ja. Six kann Malz-Ult unterbrechen. Kann er seine Wehe aktivieren? Nee, oder? Aber doch nicht im Laser. So, den snacken wir uns mit hier. No, 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 no. Jetzt können wir gleich Top-Lane ganken. Wir nehmen noch ein bisschen was mit, bis unsere CDs wieder ready sind. Und dann gehen wir Top-Lane jetzt. Schnauz is full. Ich glaube, ich muss jetzt schon die Battlen nicht so hart. Ah, Kacke. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Und let's go! Ich bin ein Bär. Yesterday. Oh, komm, der muss sterben, der muss sterben. Bitte, Volli, lauf! Volli! Klose, 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 klose die Hose. Nice, Alter, das war... Also, wenn das nicht knapp war, dann weiß ich auch nicht. Ah, 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 ah! Ah, Mann, der Backport war echt geboostet. 30. Geboostet 30, bitte nicht, aber er hat keinen, er hat gerade geflasht. Ah, uff. So. So, was kaufen wir jetzt? Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Zeug zum Rankommen, das ist wichtig. Deswegen gehen wir jetzt auf Righteous Fucking Glory. Badadadadadadadadadadadada. Wenn du geholte었 wirst, meine ich. Ja, okay, das ist klar. Aber, ich meine ja, wenn der Gegend, wenn er, ich dachte, der kann seine Weh aktivieren, wenn er selber geholteet wird. Das wäre ja crazy gewesen. Das wäre ja crazy. Na, wir gehen nochmal Botland, würde ich sagen. Ich will, man, Topland wird schon wiedergecampt. es kann nicht sein dass sie so hat es sind müssen primate sein das müssen primate sein wir können mal mitte vorbeifahren aber das ding ist ich muss ihn erst anbrüllen kann ich das wegsmeiten sein schild es wäre cool wir können es mal probieren wir probieren es mal also geht aber auch da ist der flash da ist der flash schade mal laden jetzt master jihad wenn er feiert dann battle ich bin dabei ich bin dabei ich bin immer noch dabei ich bin und press die press die auto tech hatte ich presse dir press sind am pressing aggressives offensives pressing ich stand aber die ganze zeit da drin und habe gepresst einfach nur gepresst heilige karamba malo marie also wir können mal gucken ob hier red buff oder sowas da ist können wir den werfen hoch der ist mit gänzlich unsympathisch den snacken der vogel ist gesund glaube ich lecker lecker leute ich glaube die kids wir gerade bekommen das waren die kids wir brauchen um jetzt hier komplett zu escalaten das waren die es gelingt jetzt gehen wir shoppen jetzt gehen wir shoppen jetzt gehen wir den motor 200 haben wir fast fertig das ist ja amazing den brauchen wir noch den brauchen wir noch wir halten uns mal die video auf damit wir falls wir gegengt werden genau das nämlich den muss ich hochwerfen okay dann der geht der geht einfach weg dann ist okay dann ist okay dann ist okay was pizzer stein ein richtiger pizzer stein sagen wir gehen shoppen ich würde nicht ja wohl doch mal ich bin ein bär ich habe leider kein mana ein bär ohne mana aber ich greife dich an und ich outwitte dich und ich greife dich an und so jetzt ist right is glory und leute jetzt geht's los jetzt ist es going los naja das ist was wir brauchen der motor der motor ist da jetzt wird's lustig i hope i hope bot lane oh ja die case jetzt zeigen wir mal der art den articaries die welt von tanks wie schön gebalanced sie denn heute sind wobei so wacke dabei ist diese wacke können wir könnten auch so rake essen ich glaube so heilung ist gesund heilung ist zum essen da und also ich hätte gerne mehr gemacht aber ich hätte gerne mehr gemacht aber es ist okay auch schon leer einfach schon leer das mit dem weg fliegen bin ich echt cool muss ich sagen ades fände ich pretty pretty cool das sieben monaten das ist das irgendwie max life damage oder so ne 700 700 aber bei dem wird es jetzt weniger sein der kriegt irgendwie gar keinen schaden holy shit aber ich habe die ganze zeit die habe ich nicht 518 es kommt aber darauf an war nicht den gegner snack okay würde ich gerne noch mal essen aber ich habe keine old ich weiß nicht ohne old geht es glaube ich nicht und reiches habe ich auch nicht und so rake ist auch noch da das ist kern heute und das ist sehr deep sehr deep könnte so rake nicht ich glaube die wartet hier weil sie weiß dass ich da nicht verkehrt grundsätzlich haben die vision hier potenziell okay ja okay ja okay ihr macht auch keinen schaden das ist okay ich wäre aber falls jemand ich wäre verbunden oder geht was da geht was da geht was da geht was da geht was battle is in my blood und snack gesnackt ich würde da gerne noch mehr rein snacken deep snacken ich würde deep snacken leute deep snacken ist meine spezialität deep snacking deep snacking oh sie hat auch flash das ist unfair das ist unfair ich krieg halt auch gar keinen schaden ich kann nicht machen was ich will I'm not taking any damage beste soundkulisse ja ich bin halt schon wieder full live la geben wir merkwürdig ich glaube wir gehen ninja dabs wir gehen einfach nur ninja dabs leute ich hole mir erst mal red buff das nicht so gut aber das ist schön dann haben wir mal auch ein bisschen gegner hier wir wollen ja auch gegner das sieht irgendwie komisch aus wenn man den in der luft direkt fährt ist echt komisch wieviel der mensch macht das 40 ok auf stufe 1 ist nicht so krass aber natürlich trotzdem nett so das war der geworfene snack na flying snack wird bald schon in die geschichte eingehen vielleicht sollte ich meinen youtube kanal ein flying snack du 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 hier guck mal ob bluboff da ist ähm flying snack du wirst jetzt euer flash glaube ich oder ähm bro du hast ein problem ich esse dich nämlich krabben sind übel gesund weiß ich nicht glaube ich nicht weil ich esse keine krabben aber könnte sein ja 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 das ist jetzt die autos der autos sound ja 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 das ist jetzt ja halt ich glaube das schaffe ich nicht aber da kommt eine bombe ja ok ok also ich habe heute noch für den snack abwarten der ultimative snack aber es ist ok es ist für sowas brauchen wir eine thornmail oder ulti mit ultimate die ihn glaube ich gebettelt ultimate und redsmite aber so das ist das ist die sound da unten geht noch was da unten geht noch was hallo steffi den können wir essen badada dadada dadada na so ach man schade warum haben die alle flash schaut auf damit hören sie auf zu flashen wir haben aber righteous glory gleich dann wäre ich dabei da wäre ich dabei kann mir irgendwas machen können wir jemanden grab was das für ein dragon of drag oder ist ja audit audit und snack 584 taten ich wäre noch gerne dabei aber ich bin raus 584 von full tank lecker damage full tank 584 damage i like jetzt kommt der doppelte rück salzwerf wurf rück salzwurf dann hätte ich dem hier auf den kopf geworfen wir wollen wieder righteous der neue synchronsprache für volle ja könnt ihr euch schon mal darauf einstellen leute 8 1 bin ich schon holy shit habe ich gar nicht mitbekommen dass das klasse ist halt dass ich nicht sterbe nicht gehen nicht kaputt aber das wurde ja nicht geändert der war schon immer so ich bin jetzt so ja ist ja gut ich bin raus wir brauchen wir warum max already geil 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 so das ist fertig leute wie viel ap haben wir 33 max naja wir machen hier bonus elf das knallt jetzt ordentlich das ist knallt guck mal das macht schon base damage so grob 600 schaden und das skaliert noch mit missing health 600 damit einfach so schon mal für full tank full tank experience i like it i like full tank experience so viel schaden mache ich nicht mal metal und wenn ich full damage gehen mit der weh ich mache wahrscheinlich weniger als das ich bin ein bär ha 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 snack 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 oh man der gesunde snack am morgen vertreibt kummer outwit 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 jetzt musst du herkommen ja ok ich hätte einen plan allerdings ja kram genau kram sind auch ok mhm aber kommt schon kommt schon jetzt will ich sterben surakahil ist zu op surakahil ist zu op man surakahil ist zu op surakahil ist zu op naja scheiße sooo was machen wir jetzt wir kaufen uns äh sollen wir deadman's gehen wir können spüren was haben die denn so ich würde sagen eigentlich ich würde eine thornmail gegen die die haben so viele thornmail 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 ich glaube thornmail ist gut thornmail ist gut naja schaden machen klar wenn ich jetzt auf damage gehen würde würde ich die krass auffressen zerstören und snacken aber naja man muss natürlich mal realistisch bleiben ich brauche einfach nur genug damage tanken glaube ich Ja, wir könnten gerne, Kate würde ich gerne snacken. Zack, 57, hä, 57? So, guck mal, Toplane sind die übelkrasse Battle, ich würde halt gerne mal Kate gegen Kate fighten. Da hätte ich wirklich Lust drauf, aber Regel Nummer 1, weil wir erst schauen immer, ja, weil die Gegner, die werden durch die Gegend gestrought. Lol, was ist das hier für eine Ult? Der wird hochgeworfen, zack. Das Ding ist, ich kann halt, ich mach halt, ich mach viel Schaden, also dafür, dass ich so tanky bin, aber eine Soraka ist halt Kernreuden. Hallo, einmal bitte die Reuden-Karten, bitte. Oh, was? Ja, okay. Okay, na gut, also Soraka ist halt... Ich bin ein Bär. Ich hab immer noch Hunger, ich hab Hunger, ich hab Hunger, ich hab Hunger! Das Ding ist, ich muss erst schreien und dann werfen. Erst schreien, into werfen, ich werde jetzt bestimmt gelasert. Ich hätte noch Hunger auf... Alter, kann ich ihn bitte angreifen? Jetzt werde ich sterben. Ja, aber es ist okay. Es ist okay. Kann man mit leben. It is quite okay. Na, Doormail. Doormail. Zack. Ich mein, die haben halt Masse Yi und Kay zum Auto hiten. Gerade gegen Masse Yi ist es halt extrem gut, denke ich. Urop macht auch AD Damage. Dadmans wäre halt auch echt nicht schlecht, aber wie ihr seht... Also okay, so ein bisschen Probleme hatte ich jetzt hier zum Ende hin schon zum Rankommen, aber eigentlich hab ich nicht so Probleme an die Gegner ranzukommen. Dafür hab ich Righteous Glory, ne? Also es ist eher... Nicht das Ding. I think. I think, I think, I think. Es ist eher noch ein bisschen Damage, aber 6 mal auch echt krassen Schaden, Alter. Aber das Problem ist halt, wenn ein Champion so viel Schaden macht, ohne dass er... Du kannst bei Volibear nichts falsch machen. Also echt wenig falsch machen. Fast gar nichts. Doormail. Doormail. Du kannst fast nichts falsch machen an dem Champion. Ich komme. Ah, der wird fauen. Ich hab den Motor gleich ankommen. Upa. Und Snack. Ein Snack am Morgen. Bitte, 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 bitte. Ah, ja. Snack weg. Aber dann snack ich ihn. Ah, ist auch okay. Den nehmen wir auch. Ah, der ist eigentlich echt tanky, der Bro. Frage ist, gleich kommt bestimmt Master Jihad nochmal an, ist das Problem. Du Piss, Alter. Mann, Scheiße. Ja, also da kam ich nicht in der Heer, aber da funktioniert Deadman's auch nicht zum Endeher kommen, ne? Das heißt, der hat ja auch Ultimate an oder ist ja weggeflasht. Also, rip. Ja, wenn Deadman's Play ist ja auch nur beim... Sobald du es einmal benutzt hast, ist er leer. Dann hast du da kein Move-Man-Speed mehr. Ah, ich meine, das wäre jetzt auch alleine. Ich war nur für den Tarik da, aber das war nicht schön. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Wie lustig das wäre, wenn Wolli jedes Mal, wenn der Q drückt, den Kampf schreit. Ich bin ein Bär. Kacke. Ja, ich bin... Ich meine, man darf sich natürlich auch nicht überschätzen. Ich bin ja sehr tanky. Wenn ich ein bisschen mehr Damage gebaut hätte, könnte man durchaus... Oh. Wir müssen halt... Master Yi ist halt eine Schlitzmaschine, ne? Wir müssen ein bisschen groupen. Wir müssen etwas gut... Abiss'l. Abiss'l. Never fight Uga, der Uga ist halt auch echt tanky, ne? Na, tanking, tank. Würde ich wahrscheinlich gewinnen. Würde ich safe gewinnen, aber... Oh, Leute, wir sterben nur noch, wir fienden. Wir inden. Ich wäre da, aber ich weiß schon, wie das ausgeht. Im Endeffekt... Wobei, diesmal Six da. Six ist da... Ja, ne, lass mal lieber, lass mal lieber. Ich benutze mein Gehirn und sage, nein. Nein. Das ist nicht gut. Die Frage ist, muss ich da Defner schafft das alleine? Die Frage ist, geht der Dieb oder nicht? Da ist ich nicht. Ja, ne. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Mal kurz mal im Blue vorbeischauen und checken. Das Ding ist halt, dass du Raka ist. Ein richtiger Kernreuten-Champion. Richtiger Kernreuten-Champion. Und... Also das, was... Oh, lol. Was der... Wukong, der macht halt... Ich meine, der Wut hartgecampt muss man echt fair sein, ne? Aber er macht halt ein bisschen Anti-Kill, vor allem mit seinem Bild. Trinity und Jomos, also das wichtigste Item auf Wukong ist meiner Meinung nach Black Cleaver. Und der ist ja meilenweit von entfernt. Wir könnten ja so ein Ultra Charge machen, Leute. Ultra Charge! Habt! Geh, geh. Geh, tu de... Geh. Wir können jetzt Baron machen. Mastige Spot. Ja, können wir machen. Let's go. Let's go. Let's go. Brüll. Au! Ich glaube, wenn ihr das hören, dann... Werden die auch direkt vor mir weggeworfen. Ich glaube, da könnte man meine Stimmmusik... Wenn ich mal so ein bisschen... Au! Okay. Na, also ich wollte Smite und W machen. Die Idee wäre cool gewesen. War natürlich ein bisschen gefährlich. Aber Smite und W wäre natürlich... Da macht das W ja so richtig krassen, saftigen, geilen Damage. Aber... Na gut. Oh, mit Urgott habe ich noch eine Rechnung offen. Mit Urgott habe ich eine Rate. Mit dem battle ich mich jetzt, Leute. Egal, wie lange der Battle dauert, mit dem battle ich mich jetzt. Let the storm follow in my way. Bitte kein Flash. Pisser, du flasht in dein Tod. Geht er da runter? So sauber, so sauber, so kratz. Nooo, warum laufe ich die ganze Zeit nur? Ich bin der Läufer. Ich bin... Aber den machen wir jetzt. Mit dem mache ich auch noch eine Rechnung. Ah, danke an Kizune. Kizuna. Jetzt aber. Ah, jetzt haben wir endlich läuft. Und weg mit dem Urgott. Danke, Kizune. Herzlich willkommen. Grazie. Grazie grande. Ich bin da halt echt ein Läufer, Leute. Okay, jetzt hätte ich nochmal gerne Bock drauf, allerdings. Wenn ich sie anschaut, ich mache sie direkt das Netz an. Bin ich slow und sicher, ist halt weg. Aber let's go. Okay, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Es ist alles gut. Ich sehe, wie der Minion da weggeflogen ist. Das sieht so komisch aus. Da. Oh, sie ist geflasht. Cool. Ich wollte einfach nur so drauf zuschauen, weil es lustig ist. Sie flasht weg. Warmox ist halt auch krass. Wenn ich jetzt gleich mal angehe, sind wir halt instant voll, glaube ich. Na, lass mal. Geh mal an hier, Warmox. Wir haben auch Deadmins fertig. Und. Ja, ist schon ganz okay. Ist schon ganz in Ordnung. Jetzt gehen wir noch was mit Damage, Leute. Irgendwas. Frostzimmer wäre cool. Dann kommt auf jeden Fall keiner weg. Aber, ey, das macht mir ziemlich Schaden, glaube ich. Ähm. Hm. Ich würde sagen, es kann nur, also, wir brauchen eine Tech-Speed. Let's go. Jetzt, jetzt haben wir, jetzt ist GG, Leute. 12% Tech-Speed. GG. GG. Hm. So, können wir was machen? Können wir groupen? Eigentlich ist es dumm, Midlane zu groupen. Botlane wäre klug. Aber. Let's go. Mein Botlane pusht, ja. Ich glaube, Master Yi meinte, ich kann ihn schaffen. Ich glaube nicht. Er hat auch einen fucking Gürtel. Wir tryen es mal, aber es wird hart. Aber wir tryen es mal. Wobei, Six ist ja auch in der Nähe. Ich bin ein Bär. Oh, oh. Nice. Ich habe ihn getroffen. Oh, nö. Righteous. Righteous Snack wird jetzt eingeleitet. Der Righteous Snack. Also, was passiert hier? Ich sehe nichts. Da ist er. Snack. Leute, ich habe ihn gesnackt, aber er ist weggekommen. Snack. Danke. Caitlyn. Everdeen. Okay, dann nicht. Das Dumme ist halt, du musst eigentlich Feuer brüllen, damit es dir geslaut wird, damit du besser mit der Q rankommst. Aber dann kannst du dir eh halt nicht, das Brüllen nicht mehr im Wurf machen. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Titanic Hydro wäre auch übel gut stürmt. Wollte ich eigentlich am Anfang bauen, oder? Aber ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so interessant. Kanone. Na? Also, wir haben zum Ende ein bisschen geslaut, aber man kann, ich habe, ich habe nicht mal wirklich ernst gespielt, ne? Also, ich möchte sagen, dass ich an sehr vielen Stellen sehr dumm gespielt habe. Trotzdem sind wir nicht gestorben, so oft. Das ist halt krass, die Tankiness, die Volleyball hat, ne? Das ist halt echt insane. In fucking Sahne. Ich würde gerne nochmal... Ah! Okay, nein, nein, mach kaputt. Huf. Kann man den Nexus hochwerfen? Du hast 3000 Damage mit Presti Attack. Hatte ich 3000 Damage mit Presti Attack? Wirklich? Also, ich habe übel viel Presse jetzt. Ich habe alles weggepresst. Alles. Ich habe alles weggepresst. Aber sowas von. Na, great shotgun. Oh, ihr Scheiß jetzt. Ich wollte eigentlich meinen Maytown. Und jetzt habe ich leider den Falschen geändert. Ähm, ja. Kann ja mal... Damage Graph war ganz okay, ne? Wukong war halt nicht so ganz unfassbar. Das ist halt... Ich meine, ich habe halt die ganze Zeit gepresst, ne? Einfach weiter gepresst. Gepresst, 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 gepresst. Ist halt... Dafür, dass ich nur... Ich habe kein einziges Damage... Okay. Also, okay. Ich kann nicht sagen, dass ich Full Tank war, Leute. Ich hatte 12% Tax Feed. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich war nicht Full Tank. Aber trotzdem ist der Damage halt krass, ne? Das muss man schon sagen. Na gut. Das zählt nicht.